Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, oberhalb der Dreiterischen Höhle ist hier ein sehr merkwürdiges Objekt. Ich meine nicht hier diesen Brunnen, sondern der überflutet hier alles, ist hier extrem matschig, sondern hier ist eine merkwürdige Behausung, kann man nicht sagen, weil es hat hier Also hier hat niemand gewohnt, aber was merkwürdig ist, dass das schaut aus wie so ein Gasanschluss und vielleicht ist hier drinnen, ich weiß nicht, ein Gastank gestanden oder Generator, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hier oben sind zwei Notausgänge, auch sehr spannend, keine Ahnung. Aber wenn es ein Gastank war, was auch merkwürdig ist, wir haben hier acht einbetonierte Gewindestangen, also kurze Gewindestangen und vielleicht, wenn du weißt, was das gewesen sein könnte, bitte ich um einen Kommentar von dir. Ganz witzig hier, dieses Objekt. Gut, das wollte ich dir nur kurz zeigen. Ende.